Letzter Preis. 480 Euro. Hahaha, stimmt nicht. Guck, 470 Euro ist der letzte. Okay, 470 Euro. 3.000 mehr nicht. Ihre Nachricht konnte nicht zugestellt werden, da Anfragen als ganze Sätze formuliert werden müssen. 3.000 mehr nicht. Ihre Nachricht konnte nicht zugestellt werden, da Anfragen als ganze Sätze formuliert werden müssen. Hallo, ich würde 3.000 bieten, mehr nicht. Hallo, das wäre aber sehr weit unter meiner Schmerzgrenze. Na endlich, ich habe dauernd was geschrieben, was geblockt wurde. Echt? Was denn? 3.000 mehr nicht. Ihre Nachricht konnte nicht zugestellt werden, da Anfragen als ganze Sätze formuliert werden müssen. Ich krieg hier noch die Krise. Sie hat Nein gesagt. Verkaufe Echtsilber. Ringe mit Edelsteine. Da die nicht nur Nein gesagt hat, sondern mich auch mit 5 Typen BI einer Halloween-Party betrogen hat und ich mich langsam von den Schmerz geheilt habe, habe ich mich dazu entschieden, diese Ringe zu verkaufen. Die Ringe sind größenverstellbar. Nicht viel getragen. Komplett vollständig. Okay, vielen Dank. Keine Interesse, der Preis ist dafür zu teuer. Schade, dass Sie 20 Euro nicht runtergehen. Viel Glück. Gerne doch. Danke. Habe den gleichen für 110 Euro bekommen. Top. Viel Spaß damit. Ich hoffe, Sie sterben. Für 8 hole ich den Tisch ab. Bitte rausstellen und Bescheid geben. Bin Mühlburg. Nein, 15 Euro ist fix. Steht doch in der Anzeige. Nein. 10 Euro sind mein Fix-Angebot. Na dann nicht. Mir egal. Egal. Sie könnten ja wenigstens etwas Mitfühlendes schreiben. Aber nö. Egal. Falls Sie heute Nacht schlecht träumen, ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Würde TV gern kaufen. Wäre 80 möglich. Wo ist es? Kann nachher vorbeikommen. 150 Euro. Mehr als 100 geht leider nicht. Bietet 75 an. Wird ja immer weniger. Naja, Gerät wird auch immer älter. Moin, ich würde den 3770er nehmen. Schaffst du es, den heute noch loszuschicken? Ich brauche die CPU nämlich am Samstag, um den alten Rechner von einem Kumpel aufzufrischen. LJ Luca. Leider nein. Und Leute, die mich dutzen, ganz schlechte Karten. Alles klar. Dann wird das wohl leider nichts. Ich wünsche dir dennoch einen schönen Abend. Hallo, ich habe Interesse an das Spiel. Ist das gute Stück noch zu haben? LJ. Hallo. Ja, ist noch zu haben. LJ. Kann man es auch abholen kommen? Wäre möglich. Okay, gut. Was wäre Ihr letzter Preis? Ihr letzter Preis? Das kostet einen Euro. Was willst du da noch verhandeln?